Spätes Babyglück Nadine wird mit 55 Mutter. In unserem Reportage Spätes Babyglück, Trend oder Tabu? Begleiten wir die 55-jährige Nadine auf ihrem Weg zum späten Mutterglück. Nadine hatte lange Zeit darauf gewartet, Mutter zu werden und hat sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters für eine künstliche Befruchtung entschieden. Die Entscheidung, in einem höheren Alter Mutter zu werden, ist für viele Frauen ein kontroverses Thema. Während einige die späte Mutterschaft als Segen und Erfüllung empfinden, sehen andere darin ein gesellschaftliches Tabu. Nadine musste sich mit Vorurteilen und Kritik auseinandersetzen, aber für sie stand fest, dass sie dieses Baby unbedingt haben wollte. Trotz aller Bedenken und Risiken brachte Nadine schließlich ein gesundes Kind zur Welt. Sie strahlt vor Glück und ist überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Für sie ist es nie zu spät, Mutter zu werden, und sie hofft, dass ihr Beispiel andere Frauen ermutigt, ihren eigenen Weg zum Mutterglück zu gehen, unabhängig von ihrem Alter. Untertitelung des den Bilden des » Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020